Jetzt so wie da ist schon die runde gestartet wenn ich wieder dinge vorbereitet habe wir sind bei fortnight angekommen ich weiß gar nicht gar nicht Ich bin einfach hier aus dem bus geschmissen worden weil ich habe nicht aufgepasst Wo wir sind wo wir hin okay wir sind sogar nah an der zone das ist gar nicht mal so dumm Und alles was wir ja tun müssen aktuell ist ja einfach nur spielen ich meine es mit dem motorboot ist jetzt hat sich jetzt erledigt da komme ich jetzt nicht mehr hin Wobei das wäre sogar in der zone Ach komm wir probieren es Wir probieren es und auf dem weg dahin nehmen wir vielleicht ein paar leute mit Aber nicht als mitnehmer Was Okay orientierungspunkt kleiner stollen ach ja ich wollte auch mal auf die karte gucken ob irgendwas wieder ausgegraut ist aber sieht nicht so aus Es ist an sich alles da An sich ist alles da Okay So wir brauchen dringend irgendwelches zeug Okay da ist irgendwelches zeug Ja sehr schön Das ist doch schon mal was Klopp So Draußen war noch eine kiste Prima Dafür habe ich jetzt hier meine ruhe weil ich wollte ich eigentlich eh nicht hin und die anderen genauso nicht Äh so zack Oh shit was wo So viel zur ruhe Wo ist der Hä War da unten einer oder was Ach ist da Kann man da in der Mine rumlaufen Ich glaube man kann da in einer Mine rumlaufen Komm da gucken wir mal rein Lol Da gibt es wieder Masken Find ich vielleicht auf die schnelle alle Das wäre schön Das wäre richtig nice Okay hier wurde schon geplündert Da ist die nächste Das wäre dann auf andere Art und Weise noch ein Erfolg An dem ich jetzt gar nicht Na über den ich jetzt gar nicht nachgedacht hatte Ja Jetzt schon erfolgreiche Runde Sehr gut Hier unten ist dann der Typ rumgelaufen oder so Aber wahrscheinlich schon wieder weg Ja komm Egal Ah ich will keine Schritte mehr ich will gar nichts mehr Aber alles hier liegen lassen Da war der hier unten und lässt einfach gefühlt die Hälfte liegen Ich meine kann man machen aber Weiß ich nicht So wir müssen gleich weg weil gleich kommt die Zone Und zwar von der anderen Richtung Äh schwierig Ja da kommt sie Zum Glück ist die nicht Also das Gebiet ist an sich nicht weit weg Jetzt bin ich wieder hier oben Okay Also das Gebiet wo wir hin müssen ist nicht weit weg Mit dem Auto wäre es schöner Aber ist jetzt auch kein Muss Okay Nichts passiert Hier hat einer ein bisschen gewütet Kann man mal machen Die Ball angeln Ja und da ist nämlich schon die Zone Also nicht weiter schlimm An der Synapse Station haben wir auf jeden Fall schon mit der Person gesprochen So das haben wir definitiv gemacht Oh Da oben ist jemand Sollen wir? Sollen wir? Sollen wir Whisky gehen? Komm wir gehen Whisky Und sterben wahrscheinlich gleich Wo ist sie? Wo? Muss unten sein Juckt es den dass ich hier bin? Ach Schild ist voll Ups habe ich nicht gesehen Alles gut Oh ähm Jetzt kam das doch schneller als gedacht Das ist jetzt blöd Ah das zieht mir jetzt wieder Energie Unnötigerweise Murks Zu einem Murks Hui Okay So Wo müssen wir dann als nächstes hin? Ah okay Jetzt hat sich das erledigt mit dem Boot Dann kann ich die Dings auch wieder weg machen So Okay Da oben Okay das wird jetzt fies Das wird jetzt fies Oh ich habe keine Munition mehr Okay Ja das war Bisschen fies vielleicht Okay Die können wir ersetzen Das kann man so mitnehmen Ist nicht viel Munition Aber ist okay Die ist die Barren Nachdem wir letztes Mal so viele Barren verloren haben Nicht schlecht Äh ja Okay Okay und dann halt weiter in Richtung der Der Wüste da Na so Oh Vogel Okay normaler Vogel Ja komm also bevor wir Bevor wir jetzt diesen einen Schild Hang damit Nein Nicht so So Na bevor wir das jetzt mitnehmen Nehmen wir lieber das mit Das Problem ist nur Jetzt geht es gleich weiter Die Zone zieht sich gleich weiter zusammen Ist hier nicht irgendwo ein Auto in der Nähe gewesen Immer mal Hier ist ein Haus Aber Haus ist nicht gleich Auto Komischerweise Oh shit Da drüben ist Party Ähm Aber richtig Was ist da oben drauf Da leuchtet so schön Okay aber da vorne ist auch gleich die Oh Mit der Person haben wir safe noch nicht gesprochen Die sagt mir nix Die Sprechblase da Jetzt auch weg Ach das ist das Schild Äh das Schild Ah doch das ist Ja Das nehmen wir mal mit Das ist gar nicht mal so bad Okay wir gehen jetzt zu der Person da zum Quatschen Ich glaube mit der Person haben wir noch nie gesprochen Das wäre auch eine die in unserer Sammlung noch gehört Kann mich nicht erinnern dass wir hier mal waren Ehrlich gesagt Schicker Checker Ne kann ich mich Hallo Ich hänge Ähm Ich hänge Ich kann nix tun Ich hänge Ich kann nix tun Hilfe Jetzt Oh mein Gott Okay er hat gerade Ich hatte gerade einen kompletten Hänger So aber damit haben wir den jetzt auch angesprochen Oh wir müssen wir müssen raus 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 Ja Leaf ist die richtige Ah warte So hier Es gibt schön Barren So Wenn man es denn mal schaffen würde zumindest Oh wir sind aber voll in der Nähe Wir sind böse in der Nähe von demjenigen Oha Oha Obala wollte ich nicht Das war er Das ist mein erstes Kopfgeld was ich bekommen habe Nice Das war er einfach Wo Shit Wo Okay Von da oben irgendwo Ich sehe nicht ganz wo Wo muss ich eigentlich als nächstes hin Ah immer weiter nach da Okay Wer hat da Oh da oben Jetzt habe ich dich gesehen mein Freund Wo ist er hin Ach scheiße Haut jetzt ab Jetzt haut er ab Ich habe dem so schön Schaden gemacht Und jetzt regeneriert er sein scheiß Schild wieder Jetzt ist es nicht im Sinne des Erfinders Shit Okay Ja Schade Ich dachte Ich dachte Naja Ich dachte Das war das Problem Aber wir haben wieder einige Kills Ist in Ordnung Läuft Fast Kann man mitnehmen Weiter geht's So Ich habe schon wieder fast nicht aufgepasst Äh Wir müssen raus Irgendwo Wir wollten Boot Wir wollten zum Boot Auf geht's Da wollten wir hin Ich muss noch irgendwie rausfinden Wenn man dieses Rennen offiziell startet Dass man da diese Runden fährt Ohne abgeschossen zu werden Im besten Fall noch Am besten noch ohne abgeschossen zu werden Was eigentlich bedeutet Es wäre jetzt erstmal klug Waffen zu holen Dass man jetzt zumindest sich irgendwie wehren kann Ne Und dann aber auch gleich zu einem Wow Hi Zu einem Boot Aber die Boote sind hier überall Also die Boote dürften nicht das Problem sein Ja Hier sind überall Boote Dann kurz bisschen Waffen und so Und dann Boot Okay Das ist immer nur Eine Pistole Naja Ist da oben noch was cooles? Ja Zumindest Schilde Wieso darf die in der Luft schweben? Ich weiß es nicht Ein Greifhandschuh Nichts was ich brauche Aber wenn wir eh noch nichts anderes haben Nehmen wir es halt mal mit Ah Scheidendwreck Wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Oh mein Gott Oh mein Gott Die Pistole ist strong Wenn man ordentlich trifft Lol Ja okay Er hat halt auch nur eine schwache Waffe Aber das Damit hätte ich nicht gerechnet So Komm Wir fahren jetzt mal hier hin Obala Aber wie kann ich jetzt Diese Runde Also wie Also ich Und dann muss ich da Muss ich das hier irgendwie starten? Dass man da hier irgendwas drücken muss Oder so Zapfhahn greifen Also da kann ich nur tanken Na danke Ich verzichte Ich denke halt das Zelt Automatisch irgendwie runter So Keiner Oder muss man Startet man das Indem man in eines von diesen Booten steigt Die hier zur Verfügung stehen Warte Kann ich auch mal probieren Das kann ich auch gleich mal probieren Aha Oder bin ich vorhin zu bald losgefahren? Hallo? Jetzt Hä? Jetzt ist es wieder vorbei Jetzt zählt es wieder runter Wann? Wo muss ich mich denn hinstellen Dass es runter zählt? Jetzt Wieder nicht Alter Man muss da genau passend sein Jetzt stopp Stopp Okay Hier muss ich stehen Genau hier muss ich stehen Dann habe ich vorhin Vielleicht bin ich vorhin Vielleicht zu bald losgefahren Kann das sein? Und dann hat es nicht mehr gezählt Das kann sein Dass ich vorhin zu bald los bin Darf ich jetzt bitte Jetzt zeigt es auch Okay Jetzt fahren wir Jetzt ist alles richtig Jetzt zeigt es nämlich auch Die Checkpoints an Die hat es vorhin nicht angezeigt Da bin ich einfach durchgefahren Und es ist nichts passiert Okay Jetzt schaffen wir die Runden Ähm Warum zeigt es den nächsten Checkpoint nicht an? Ah Okay Ich hatte schon Bedenken Ich hatte schon wieder Bedenken hier So aber sehr schön Dann schaffen wir das jetzt problemlos hier Dürfen nur nicht abgeschossen werden Ich hoffe das passiert jetzt nicht Und dann auch mal hier gucken Ob wir hier vielleicht eine Möglichkeit finden Höher zu springen oder sowas Weil diese Sprünge alleine reichen ja nicht Na das reicht ja nicht Dass man in der Luft bleibt Blöderweise So jetzt haben wir es gleich Sehr schön Dann haben wir eine Runde gefahren Ja Sehr schön Da ist die Mission Okay Jetzt probiere ich mal Hier einfach drüber zu springen Keine Ahnung Hat gut funktioniert Okay Wo könnte ich denn jetzt mal Einen ordentlichen Sprung versuchen Dass ich wirklich lange in der Luft bleibe Wo wäre das denn denkbar Kann ich da hoch Oh mein Gott das geht Wenn ich von hier oben runterspringe Bin ich doch mehr als 30 Sekunden in der Luft oder Oh scheiße Doch nicht Oh warte Neue Idee Ja Okay das mit Speed Das mit Speed Yes Damit haben wir es Damit haben wir Alle No Sweat Summer Aufträge Und bekomme den Hängegleiter Sehr schön Sehr schön Perfekt Dann ist die Runde schon jetzt Ein Erfolg Mehr wollte ich nicht Passt Also jetzt kann ich natürlich noch mehr wollen Aber so an sich passt das jetzt Was können wir jetzt noch tun No Sweat Summer ist ab Ne ist nicht abgeschlossen Achso weil jeden Tag kommt ein Auftrag dazu Ach ja Da war was Okay also muss ich da jetzt noch so Alle Alle zwei drei Tage mal nachgucken Für einen neuen Auftrag Dann jetzt einfach hier weiter Das geht automatisch Das muss ich halt Leute erschießen Logisch Kopfschuss mit dem Oh Ups Das habe ich gar nicht mitbekommen Dass hier Party ist Schlecht Schwierig Okay Ah 13 Sekunden um wieder aufzuladen Äh Das könnt jetzt schief gehen Aber wir haben die Bootsmission Alles egal Okay Jetzt kann ich wieder Oh nein Das war schlecht Das war richtig schlecht Okay jetzt kann ich wieder Ja sehr gut Weiter Sehr schön Oh wir sind bei so einem Darth Vader Ding angekommen Dann kann ich mir so eine coole Waffe holen Das habe ich gar nicht realisiert Sehr gut Her damit Okay Schnell heilen Auch das ganz wichtig So Äh Äh So Oh Southpack Warum lässt Warum lassen Leute Southpacks liegen Ich verstehe Ich meine da muss dann was Was viel besseres dabei gewesen sein Aber Southpacks lässt man eigentlich nicht liegen So Okay So Wo müssen wir als nächstes hin Hups Okay Da sind wir gleich in der Nähe Das ist gut Das ist alles in Ordnung So ich wollte eigentlich genau Deswegen wurde mich ja gerade überrascht Von dem Dings Ich wollte Mission gucken Was will ich nochmal Gebarren an Tankstellen aus Kopfschuss mit DMR Versteck dich in einem Okay Müllcontainer kriegen wir direkt hin Müllcontainer sind wir direkt am Start In Tilted Towers sind genug Müllcontainer Vielleicht ist auch schon davor irgendwo ein Müllcontainer zufällig Muss nur aufpassen Dass ich nicht überrascht werde von irgendwas Uh Aber das Frosteis ist glaube ich die Geschichte gewesen Dass ich dann so diese Dinger hab ne Diese Eisdinger unten dran Weiß nicht ob ich das haben will Fühl ich jetzt ja nicht so Munition fühl ich aber schon Her damit Okay Da geht schon weiter Also lasse ich mir wieder hier Zeit Oh Aber es war sinnvoll hier Zeit zu lassen Her damit So Mehr Munition Auch das nehme ich gerne mit Alles klar Gut Kurz Oh Ja hallo Gut Dann kurz zu nem Container fahren Und in den Container springen Da sind hier auf jeden Fall genug Container in der Stadt Das ist gar kein Thema Normalerweise Außer die wurden schon weggefahren alle Dann wird's schwierig Wenn die schon alle umgefahren worden sind Wird's schwierig Da ist einer Ich möchte ja schon ein bisschen weinen gerade Wie dumm ich bin Okay Rein da So Gut Das ist der dritte tägliche Auftrag gewesen Prima So Kasse plündern Für Barren Her damit Okay Jetzt ein bisschen aufpassen Dann brauchen wir jetzt auch den Kopfschuss mit der DMR nicht mehr Weil das wär nur ein täglicher Auftrag gewesen Und die sind jetzt nicht mehr nutz Nicht mehr notwendig Oh shit Okay Der war stark Ja der hatte auch Ja der hatte auch ordentliche Waffen dabei Okay Yo Bist du was bist du Kaka Ne Quatsch Kakashi Wie heißt der nochmal Irgendein Naruto Charakter auf jeden Fall Aber ich weiß nicht welcher Ich seh ihn grad von vorne nicht Okay Egal Passt Ähm Ich würd's fast Ich würd's fast jetzt hierbei mal belassen Und jetzt mal einen kurzen Part nur draus machen Weil ich jetzt eigentlich auch gar keine Zeit mehr habe Muss ich gestehen So Ähm Wir haben das Wir haben das Das ist erstmal alles voll okay Muss ja auch nicht immer ein mega langer Part sein Ne So Genau Das haben wir alles gemacht hier Jetzt können wir mal gucken Wie viele Charaktere jetzt eigentlich noch fehlen Weil es sind nicht mehr als Äh es sind schon noch ein paar Okay ein paar fehlen schon noch Müssen wir mal rausfinden wo die sind irgendwie Also langsam wird es schwer Sich zu erinnern Was man jetzt schon hat Und was man noch nicht hat Ne Ich laufe hier ganz oft zu den gleichen Und spreche die an Und ja Und Fische halt Gute Fische ist nochmal eine ganz andere Geschichte Weiß ich ob ich das irgendwann mache Ähm Täglich haben wir abgeschlossen Passt Wöchentlich haben wir abgeschlossen Bis auf diese blöde Frucht Die ich nicht kriege Aber das hat ja alles Zeit Und das hier ist halt Einfach spielen Einfach spielen 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 Okay Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Spielen Ich bedanke mich jetzt